Erster Weihnachtsfeiertag 2022 in Pattaya City am Pattaya Beach. So zelebriert man hier Weihnachten. Und auf der anderen Seite am Amari ist es ja etwas weihnachtlich. Ja, ein bisschen Verkehr ist ja auch, kommen die kommenden Straßen, natürlich Autos hier. Hier ein angedeuteter Christbaum mit Rentieren, die den Weihnachtsmann hier abgesetzt haben. So einfach und nun wieder hier und dort hinten ein weihnachtlich dekorierter kleiner Zubringer oder Shuttle Service für die Touristen des Amari Hotel. Ja, das war es kurz wieder mal von mir von unterwegs und natürlich das große Kehren nach Heiligabend hier. Ja, und wie man nicht oder wie man unschwer sieht, strahlender Sonnenschein hier. Anders als in Europa wahrscheinlich. Also, bis demnächst. Bye, bye. So, noch ein kleiner Nachtrag hier. Hei, äh, nicht Heiligabend. Erster Feiertag in Deutschland. Heute Feiertag, morgen Feiertag. Oder ist heute schon, weiß gar nicht, heute ist der 26. glaube ich schon, der zweite Feiertag. Also, hier wird gearbeitet, hier wird reingehauen, hier wird die Strandpromenade neu gemacht. Und das auch an Feiertagen, das ist hier vollkommen wurscht. Wie man sieht, ist schon etwa auf Höhe der, wo sind wir, Zeu 4. Das geht also vorwärts. Die Palen werden alle schön eingekesselt. Und dann kommt hier eine neue Promenade her. So, nun endgültig. Bye, bye für heute.